es fing an für sich damit an dass wir mit unseren sechs wehrmachts gespannen einer reise in tunesien durch die sahara machten und uns erbärmlich ein groben wir kamen auf den gedanken wir brauchen ein servicefahrzeug die frage war welches ich dachte das wird ein gutes expeditionsfahrzeug als wohnmobil ausgestattet da fährt auch meine frau mit konnie war sich begeistert sein sie stellte dann nur die bedingungen ein gutes bett und ein gutes klöchen waschraum und ich mindestens ein meter wassertiefe und glände gängig ohne ende und so ging die suche los da wir beide die alte klasse 3 als führerschein hatten waren wir berechtigt bis 7,5 tonnen zu fahren deshalb suchten wir natürlich ein fahrzeug was in dieser klasse lag wir hatten da verschiedene zur auswahl es war einmal der unimog und als andere der sich anbot damals wurde er von der dänischen armee verkauft der mann mit den lt führerhaus unimog oder eben mann ich habe jetzt erstmal diese beiden dinge verglichen der mann den gab es an für sich preiswerter zu kaufen als den unimog beim mann konnte man das führerhaus komplett kippen aber man musste es auch jedes mal kippen wenn man irgendwas machen wollte beim unimog war es leicht mit ein paar handgriffen konnte man den kühlergrill und die haube öffnen und kam überall dran ich gebe zu ich tendierte mehr zum unimog denn er galt als das beste deshalb vergliche ich erstmal so die gewissen werte wenn ich die bodenfreiheit sah die war beim mann nur 32 zentimeter der unimog mit seinen legendären portal achsen hatte natürlich da ganz andere werte aufzuweisen die normale achse läuft mittig zum rad das wäre so und dann kommt noch das differenzial das geht noch ein stück herunter aber das ist beim unimog nicht so diese kleine bodenfreiheit hat er nicht man hat es geschickt versetzt die achse ist um ein stück versetzt worden nach oben und dadurch hat man wesentlich mehr bodenfreiheit wo der mann nur 32 zentimeter hat da hat der unimog 44 zentimeter und das macht eine ganze menge aus da hatte der unimog bei mir schon mal viele pluspunkte hier sehen wir ein vorgelege vorne am unimog die bremsscheibe abgenommen aber man sieht deutlich hier den versatz der unimog hat auch zwei bremszangen auf einer großen bremsscheibe hier ist der versatz zu sehen zusätzlich was der unimog auch noch hat sind diese großen schraubenfedern nicht etwa wie andere fahrzeuge blattfedern sondern diese schraubenfedern sie erlauben eine enorme achsverschränkung und machen den unimog so legendär im gelände ein weiterer wichtiger punkt ist die waadtiefe waadtiefe bedeutet an für sich man kann durch ein wasser fahren ohne etwas zu verändern hier ist es ein meter angezeigt hat man einen druckaufschlag das heißt es gibt luftdruck aufs getriebe vorgelege aufs differenzial und sogar auf die lampen dann ein meter zwanzig beim unimog beim man habe ich überhaupt keine waadtiefe gefunden wie tief er wirklich fahren kann weiß ich nicht also wieder ein plus für den unimog wie wir hier sehen bekommt man noch nicht mal nasse füße ein meter zwanzig ist aber schon ganz schön tief denn es geht bis unter kannte luftfilter aber das folgen ganz ausreichend wenn man das fährt ein weiteres problem könnte sein der lüfter der lüfter ist im wasser er kommt etwas ins wasser man sollte also nicht unbedingt mit vollgas durchfahren er schlägt gleich ins wasser kann das aber ohne weiteres vertragen denn er ist aus einem dicken stahlblech gemacht und nicht wie andere lüfter aus plastik die würden sich kaputt schlagen hang ab können alle fahrzeuge gleich gut fahren ist nur die frage wie sie unten ankommen aber hang auf oder bergauf die steigfähigkeit voll beladen ist beim unimog 70 prozent beim man ist sie nur 60 prozent und jetzt wollen wir mal die daten alle vergleichen ich habe hier einmal die daten zusammengefasst die für mich wichtig sind für eine entscheidung welches fahrzeug ich kaufen möchte ich habe den unimog den man und den led rover den habe ich an für sich nur genommen für den wendekreis wir haben beim unimog einen sechszylinder motor mit turbo beim man ein sechszylinder direkteinspritzer der radstand beim unimog ist 3,25 m beim man 3,10 m das heißt ich kann eine längere kabine aufbauen der hubraum ist 5.900 der andere ist 5.600 beide bei 136 ps das kein großer unterschied aber die drehzahl die ist beim unimog nur 2400 umdrehungen beim man sie 3000 umdrehungen der verbrauch liegt bei 22 liter beim unimog und ich stelle fest wenn ich eine trödel fahrt mache so mit 80 brauche ich nur 20 liter der man hat 24,4 liter das drehmoment unimog 520 newtonmeter man nur 353 die bodenfreiheit die hatten wir schon besprochen 440 mm zu 320 die steigfähigkeit 70 zu 60 und die watttiefe 120 zentimeter mit dem schon erwähnten druckaufschlag bei man kann ich nirgendwo welche finden aber ich nehme an er kann auch etwas durchs wasser fahren der tankinhalt beim serientank ist 160 liter und beim man nur 140 liter das verändert natürlich auch die reichweite die reichweite ist deshalb beim unimog 730 kilometer und beim man nur 570 das getriebe sein acht gang und beim man ein sechsgang was ich beim rückwärtsgang sehr gut finde ist dass man ganz einfach die ersten vier gänge durch einen speziellen handhebel umschalten kann wie das beim mann ist weiß ich nicht so genau aber das ist immer gut wenn man sich festwert und raus wippen wohl vor zurück vor zurück allrad ist beim unimog 2x4 möglich oder 4x4 und zu schalten der sperre ich hatte mich entschieden ich wollte einen unimog einen neuen nein der war zu teuer ich wollte einen von der bundeswehr ohne elektronik und mit der alten technik die funktionierte immer seit 1973 hatte die bundeswehr den unimog 1300l steht für lang die kurze ausführung wurde im agrarbereich schon seit jahren eingesetzt genauso gut im kommunalen bereich als geräteträger es gab da die verschiedensten ausführungen mit den nummern kann man fast nichts anfangen ich wollte also diesen 1300l der 1300l den gab es dann auch wieder in zwei ausführungen bei der bundeswehr einmal als sanitätskraftwagen und einmal eben als pritsche der pritschenwagen und der sanitätskraftwagen hatten zuerst 96 kw der motor hat die bezeichnung om 352 und ist ein direkteinspritzer saugdiesel der saugdiesel drehte 2600 umdrehungen und entsprechend waren die achsen von ihm so abgestimmt dass er 87 kilometer schnell war beim saugdiesel ist eine leistungssteigerung nicht so ohne weiteres möglich auch hat er ein schwächeres getriebe das ug 340 das heißt 400 newtonmeter im gegensatz der turbo motor hat den ug 365 650 newtonmeter also wesentlich kräftiger und man kann den turbo motor auch wesentlich leichter etwas in der leistung steigern so bis auf 200 220 ps soll da möglich sein also er schiebe ich mich für einen turbo unimog sanca sanca aus dem grund weil der niedrige gebaut ist das heißt die gesamte kabine wurde auch niedriger beim sandcar ist nach innen ungefähr 60 mm der radkasten hochgezogen aber das stört nicht beim kabinenausbau wenn man das jetzt hier sieht bei der pritsche hätte man dann ungefähr diese 15 zentimeter mehr höhe aber das bringt mir nichts der einstieg ist höher und die gesamte kabine wird dann auch höher und der einstieg bei einer pritsche liegt also ungefähr bei 131 zentimeter und das ist eine halbe tritt höhe das macht eine ganze menge aus das müsstet ihr dann selber einmal probieren dieser unterschied war für mich wichtig und ich fand das war der richtige weg zusätzlich hatte der sanca außer turbo motor und eine bessere leistungsbilanz auch noch hinten diesen drehstab fehler der die kabine mehr stabilisierte auch das ist für den kabinenaufbau gut denn an für sich sind diese fahrzeuge ja für den militärdienst gebaut und nicht etwa für expeditionsfahrzeuge der hauptrahmen des unimogs ist ein gekopfter leiterrahmen und auf ihm sitzt der hilfrahmen darauf ist die pritsche fest oder eben die kabine der vordere drehpunkt und der hintere drehpunkt ermöglichen es dass der leiterrahmen sich praktisch verwinden kann was er auch macht sehr stark und nur an zwei punkten diesen zwei festpunkten ist der hilfsrahmen am leiterrahmen befestigt das ermöglicht eben diese starke verbindung hier sehen wir einen der punkte wo der hilfsrahmen am leiterrahmen befestigt ist es gibt da auch zwei verschiedene hilfsrahmen einmal den für den sanitätskraftwagen und einmal den für die pritsche weil die pritsche höher aufgebaut ist wir haben hier beim sanitätskraftwagen etwas vorstehend in den innenraum das sind 60 mm die stören aber mich beim ausbau überhaupt nicht der kabine denn da ist meistens ein schrank oder sonstwas und das verschwindet dann darunter nun ging erst einmal die suchen los nach diesem fahrzeug was man sich wünschte oder was wir uns wünschten dann wurden pläne erstellt es sollte ein ausziehbares bett seine platz für die toilette hatten dann kam das fahrzeug endlich was wir gekauft hat es wurde abgefragt dann wurde es wieder aufgebaut indem wir den gitterrohrrahmen bauten danach nach unseren plänen ein durchgang nach vorne im führerhaus erstellt da sich die kabine und das führerhaus so ungefähr mehr als zehn zentimeter versetzen zueinander im gelände musste ein faltenbalg her der diese schwankungen aufnahmen der faltenbalg ist relativ einfach zu montieren wenn ihr einen braucht dann schaut einfach mal auf unsere seite www.ubelix.de dort können wir sowas noch bekommen dann war endlich die beplankung da und wir haben die ganze sache mit alu beplankt hinten kam noch ein rollerträger dran ich wollte einen motorroller mitnehmen da hatte ich mir so eine spezielle winch für ausgedacht um das ding zu heben und das funktionierte auch hervorragend irgendwann ging es dann an den innenausbau und wir kamen da ganz gut weiter und nach einiger zeit waren wir dann tatsächlich fertig und so sah unser häuschen dann aus wir hatten eine schöne sitzgruppe wir hatten ein schönes bett was wir ausziehen können eine große koch gelegenheit und natürlich was für uns wichtig war ein schönes kleines bad mit toilette dusche warm wasser hier sein sollte und als besonderheit war die ganze kabine so gebaut dass sie auch noch abnehmen konnte jetzt wo alles zusammengebaut ist dann sieht man mal wie viel kleinigkeit noch so zusätzlich angebaut wurden und bevor wir jetzt auf große fahrt losgehen konnten da mussten wir erst noch die vorgelegte entlüftung anbauen denn man sollte wissen der unimog ist kein langstrecken fahrzeug ist ein arbeitsgerät und bei lang strecken wandert das öl aus den vorgelegen ab die vorgelege sind an sich das einzige wobei etwas mehr darauf achten sollte die sind anders als bei anderen lkw ist denn die haben keine portal achsen ohne eine entsprechende vorgelege entlüftung verliert man sehr schnell das öl doch sind nur 0,3 liter drin und nach 1000 kilometer bis 2000 kilometer können die schon komplett abgewandert sein und dann gibt es einen schaden deshalb vorgelege entlüftung dran und dann funktioniert und nun endlich geht sie in die welt hinaus und überall trifft man gleichgesinnte und manchmal auch mit einem unimog und es macht sehr viel spaß und dann geht´s Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020